Warte, schöne Gegend hier. Was schiitscht denn hier so? Warte, das Bremsen. Guck mal, das ist eine Szene. Blähl. Hier müssen wir auch rechts! Das ist natürlich kacke, Leute! Das kann ich verstehen, wenn die sauer sind. Mit dem weißen Auto bei dir, wie du rechts reingezogen bist. Was? Ich musste voll rum. Warte. Mach's doch. Mach's doch. Merci. Jetzt fahren wir auf die andere Seite, wo wir gestern hergekommen sind. Ja. Hey, hey. Ehrlich, ehrlich. Merci, chéri. Wie heißt denn eigentlich, bitte? Danke. Was heißt denn eigentlich, bitte? Was heißt eigentlich, bitte? Silvoplé? Silvoplé, ne? Silvoplé? Ich mach's schon. Ich mach's schon. Alexa? Was heißt bitte auf Französisch? Silvoplé? Ja, auch Silvoplé. Ne, bien. Claudia? Was heißt bitte auf Französisch? Nur die Linie? Kannst aber auch Pesir sagen. Also was ist mir eine Freude oder eine Ehre. Ja, ja. Weg Pesir. Ja, Oli, das ist ein Holztransporter. Aber der riecht gut. Aber wie Sie, das ist an der Bruder von Persil, ne? Ja, genau. Also wir haben eine schöne Strecke vor uns. Wollt ihr vor oder wollt ihr euch die Ente bremsen lassen? Nein, nein, das ist auch eine Antwort. Okay, dann fahr ich rechts ran. Bist du noch ein bisschen gut da? Warte, hat er bei dir nicht die Großansicht, oder hast du die bei dir auch Lottzi? Was? Hast du bei dir auch eine Großansicht bei dir? Da siehst du den ersten, ne? Ne, den seh ich noch nicht. Also den großen hab ich noch nicht. Okay, jetzt mach ich mal einen vor hier. Das ist voll Kunkel hier! Okay. Da, da. Da, 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 hier. Welches ist das? Das ist es richtig. Es ist richtig. Krifik. So wie gesagt, komm mal hier runter. Eigentlich habe ich euch vorgeschickt, damit ihr aufrollen könnt. Boah, geil. Guckt mal vor. Es droht sogar hier. Herrlich. Kleine Höhle. War schon in Attenhorn in der Höhle. Die ist wirklich schön. Atta-Höhle, ja. Fahre mal auf da. Hat hier gar nicht. Und direkt über der Atta-Höhle arbeite ich. Atta. Atta. Atta-Atta. Stalagniten und Stalaktiden. Welche sind denn welche? Claudia, wenn du schon da warst, dann sag mal. Nein. Hahaha. Ich war da schon, aber... Da war seine Mama sogar mit, ne? Alles frei, alles frei, alles frei, alles frei. Alles frei sind wir. Ja. I'm coming. Weil du es verlaufen haben. Ja, danke. Kann ich mit denen fahren? Die fahren vernünftig. Und süß. Hahaha. Geh mal ein bisschen an die Seite hier, mein Freund. Ja. Guck mal hier links. Guck mal hier rechts. Guck mal hier links. Guck mal hier rechts. Rechts? Rechts? Ja. Ja. Ja, ich bin rechts hoch. Ach, das ist ja rechts hoch. Ach, das ist ja rechts hoch. Ja, das ist ja rechts hoch. Ja, aus der Chorange. Genau. Ah, rechts? Ja, das ist Grotte. Genau hier oben. Ja, hier oben bin ich da, ne? Na, meiner sagt links. Hier ist ja die Grotte. Guck mal hier. Drei Kilometer. Ja, gut. Ja, komm, fahr Lutzi. Ah, ich hab den Zug gelöst. Es ist ja da, dann die Kilometer gewesen bei dir. Boah, das ist ja nichts hier schon parken. Siehst ja hier auch nichts. Erst da oben ist hier. Erst da oben ist hier nur. Ah, weiter. Ja, Grotte, weiter. Weiter, weiter. Ganz hoch. Nein, wenn ich nicht bis vorne vor komme, dann ist man sehen, Latte. Schattenplatz Pause fertig. Halt durch. So, Frühstück ist raus. Frühstück geht raus. Ja, hab ich abgeschickt. Ah, ist doch schön. Mal keine stinkende Guckung vor ihm zu haben. Ja, weiß ich gar nicht. Ja. Na, da musst du. Wer den Guckung kriegst du müssen bis jetzt. Ja. Noch nie. Noch nie. Rappel, Rappel. Ja, komm mal. Nein, komm mal. Die Frau ist sicher. Geh, steht doch. Oh. Vorsicht. Ganz dicker Rappel. Dann kriegst du beifahren. Das fahr man hier in den Schatten, oder? Ja, also plättern hier wieder. Hoch hier vielleicht, oder was? Ja, tauchen wir wieder, oder was? Hoch hier vielleicht? Weiter geht's, es geht doch weiter vor. Was? Und das? Ja, komm, komm! Wir gehen hier so noch fertig. Ach so. So Freunde, wir waren jetzt, also wir haben jetzt hier eine Grotte der Chodanze angehalten. Ist leider zu, wir können da nicht rein. Was soll ich denn dazu sagen? Ich hab zwar viel rausgeschrieben übers Internet, aber ich glaube, das könnt ihr auch nachlesen. Da brauchen wir nicht viel drumherum umquatzen. Ob sich das jetzt lohnt, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber vermutlich. Joa, ok, dann fahren wir jetzt weiter. Oui, oui, oui. Au revoir! Es ist gut, es ist Schottraining hier. Hast du den Deckel zugemacht, Schatz? Ja. Der Deckel ist zu, uh, 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 und die Wanne ist voll, uh, uh, uh. Elgar Feddersen und Dieter Hallerford. Jetzt sind wir bei der Leuzi gegen Koffer treten. Das soll mal schön sein. Oh, tschüss. Alles stehen nebeneinander, wenn Matthias Wackern würde. Hopp! So geht's, schnell rüber. Merkste nicht, wenn du schnell rüber fährst. Und hopp! Und hopp! Wer rüber geht. Merkste nicht. Merkste nicht, merkste nicht. Merkste nicht, merkste nicht. Merk ich nicht, weil ich nebenher gefahren bin. So, weiter gehts. Ich höre ich ja da auch für die Pause. Sehr, sehr schön! Soll ich jetzt auch am Motor regnen, weißt du? Ente, mach mal Quark. Dann kann ich auch Prüfung machen. Ja, sicher. Quark. Quark. Ich wollte wissen, ob du da bist. Choline, mach mal Quark. Quark. Ja, alle Älter an Bord. So Freunde, mein Visier habe ich natürlich geputzt. Wie Sau. Und sofort wieder an der gleichen Stelle ein Schiss drauf. Sowas aber auch. Aber es ist auch keiner, der einen erinnert. Es erinnert einen keiner dran. So, irgendwo geht. Ich hörte etwas. Ich versuch schon die ganze Zeit da nicht hinzugucken. Geile Straße da unten. Die Waren nach vorne. Hallo. Hallo. Hallo, meine Damen und Herren. Nö, alle, 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 alle! Alle! Alle? Schon alle? Alle, alle! Titt, titt, titt! Hören Sie mich? Hören Sie mich? Uhrenvergleich, 2,13 km. 2,3 km. Was? Was sind denn bei dir nicht? 2,12 km habe ich. Ja, ich auch. Schau mal. Dass er noch alles rauskommen hat, Punkte. Nix. Wir werden schon ankommen. Wann bin ich? Der Weg ist das Ziel. Genau. Jetzt haben wir es immer geschafft. Das war jetzt sehr anständig in der Höhle, ne? Ja. Wenn du nach der Höhle rauskommst, dann ist es ja richtig warm. Wenn du nach der Höhle rauskommst, dann ist es ja richtig warm. Wenn du nach der Höhle rauskommst, ja. Hammer, hammer geile Eindrücke waren das. Ja. Ja. Wenn du nach der Höhle rauskommst, dann ist es ja sehr entspannt aus. Nicht so. Wenn du nach der Höhle rauskommst. Ja. Wenn du nach der Höhle rauskommst. 3,20 m breite. Wie breit sind zwei Autos? 4 m. Kommt drauf an, ne? Ein Auto meistens 1,80 m bis 2. Ja. Das heißt, zwei Autos sind 4 m. Geht schon nicht. Ja. Bitte. Bitte. Ah, genau. Gute. Schön, schön, ja. Gellisch. Gebet. G-, 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 P-, G-, 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 Absperr, R, A-N-N-A-N-A-N-D,